Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Yo, ähm... Wir essen jetzt mal was. Mahlzeit. Lecker Haifisch. Ähm... Da hinten ist mein Fässchen, Gott sei Dank. Ich brauche nämlich Schrott so viel. Ganz, ganz viel. Und, ähm... Ja, durstig bin ich auch schon wieder. So. 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 Ta-la. Das ist wie so ein Lied. Da, 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 da. Okay. Hm. Kein Floß, keine Insel. Nur unser geliebter Müll, der hier im Ozean herumtreibt. Das schaut halt echt schäbig aus, ne? Das war halt aber ein Mittel zum Zweck. Bin unschuldig. Schwupp. Zack. Da haben wir schon wieder das Ungetüm. Ähm... Ja, wir haben Schrott bekommen. Ähm... Einfacher Grill. Ja. Ich baue gleich einen zweiten. Was soll's. Ähm... Und dann braten wir gleich Acmeas. So. Mahlzeit. Jetzt wird man normalerweise genug haben, damit wir am Leben bleiben können. Vernünftig. Da. So. Schleich dich. Wieder fällt uns Schrott, weil den brauchen wir auch für die Vogelscheuche. Aber dahin kommt schon wieder ein Fässchen. Also er wird schon werden. Boah. Alter. Also so ein besserer Speer wäre dann auch mal bei Zeiten nicht schlecht. Pfui. Da hinten hat man wieder eine Insel. Aber ich merke, glaube ich, dass... Ah. Aber ich befürchte... Zack. Dass wir... Ähm... Zu wenig haben für den Anker. Stein. Bäh. Es fehlt ein Stein. Damit kriege ich kein Ankerlein. Obwohl, habe ich eh Stein. So. Jetzt haben wir Stein. Jetzt können wir auch den Anker herstellen. Und passt. Das heißt, wir müssen bei passender Gelegenheit am besten gleich mal... Gleich mal ein paar Anker... Also ein paar Steine sammeln für den Anker. Das hat der Haifisch zerstört, ne? Hier hatten wir doch schon mal eins und da vorne, oder? Oder nicht? Oder doch? Aber nein. Ja, das gehört sie nicht. So. Ja, das schaut schon fast besser aus. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Mit ein bisschen Glück kann man mit der Höhe sogar darauf. Na ja. Boah, ich häng da immer fest. Stopp einmal. Boah. Boah. Na ja. So geht's. Wenigstens zu der einen. Darüber komme ich glaube ich nicht. Aber wenigstens zu der... Auf der Seite. Hupser. Da oben wäre interessant gewesen. Herrschaft Zeiten. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ähm. Das bauen geht hier noch sehr, sehr zaghaft, glaube ich, muss ich sagen. Könnte aber auch daran liegen, dass man immer vielleicht so eine Wand braucht, vielleicht. Damit das besser geht. Ich probiere mal was. Ähm. Komme ich hier so hoch? Ich hoffe. Aha. Psst. So. Warte mal. Versuch macht klug, ne? Das geht auch nicht. Warum auch immer. Schön, weil ich da schon anstehe. Fü, nü, fü, nü, 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 nü. So. Oder ich habe zu wenig. Das könnte auch schon sein. Ah, zu wenig blank. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Mal lukken. Geht trotzdem nicht. Da müsste ich den Zaun jetzt kaputt machen, damit ich ihm wieder so eine Mega-Leiter bauen könnte. Warte. Ja. Okay. Warte mal. Äh, ich gehe mal schnell was kaputt schlagen da oben. Äh, falsche Seite. Hier muss ich rauf. Ich will immer da rauf auf die große Leiter. Äh. Nein. Die muss weg. Äh. Das war eh nur ein Versuch. Hab ich je gewusst, dass das nicht klappen wird. So. So. Mal zusammenschlagen. So. Auch hier. So. Entschuldigung, bin gerade am Mikro angestoßen. Ich heisse dich. Du Mistviech. Alter. Ihr Viecher. Das nächste Mal mache ich mir einen Bogen und schieße euch ins Knie. Echt. So. Und jetzt möchte ich gerne hier noch mal eine Leiter bauen. Oh Gott, der Fellnägel. Ähm. Das ist lästig. Hm. Hm. Jo. Jo. Also. Ähm. Das ist echt lästig. Das ist echt lästig. So. Ähm. Wir verhauen da jetzt mal was. Da hoffe ich es noch ein paar blanken kriegt. Damit ich, ähm, mir noch einen Speer bauen kann. Ähm. Speer herstellen. So. Den brauche ich nämlich dann für, den röste ich gleich mal so aus. Und das machen wir auch gleich so. Ähm. Die Wassermelone futtere ich gleich weg. Schaue auch gleich was auf dem Grill ist. Futter das auch gleich weg. Und das machen wir auch gleich weg. Und so. Passt. Ähm. Ich werde jetzt tauchen gehen. Boah. Du nervst. Geschlecht dich. Die ernte ich noch schnell, bevor sie verloren gehen. Ähm. Hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Schrott noch kriege. Da kommt er. So, gleich mal den Speer rüsten. Wo ist er? Da drüben. Ja, jetzt kommt er. Alter. Das geht echt nicht gut, ne? Wie kann man denn... Wie geht das? Viel Schrott haben wir jetzt, ne? Wie klappt das? Ähm. Ich muss Nägel bauen. Warte mal. Wo kriege ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am besten? Ähm. Da. Nägel. So. Ähm. Ähm. So. Planken fehlen natürlich. Ah, ich habe vergessen, den Nekrokostus einzupflanzen. Ich bin so schlau, ich bin so schlau. Warte mal, habe ich eine mit? Tatsächlich. Warte, 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 warte. Warte, warte. So. Zack. Und. Zack. Und zack. Dann werden wir noch schnell was essen. So. Hier auch nochmal. So. Dann noch schnell was saufen. Dann müsste man eigentlich schnell wieder genesen sein. Einigermaßen zumindest. Hach. So. Schnell wieder hoch. Dann. Planken. Ey, ich brauche so viele Planken. Ich muss echt warten, bis die Palme wächst, ne? Ich will da rauf. Ich will wissen, was da oben ist. Hach. Ich fürchte auf die Art und Weise, kriege ich ja nicht einmal genug Schrott zusammen. Mit der Gelegenheit gleich ein paar Steine noch versuchen mitzunehmen. Findest du, das ist auch so viel. So. Wieder auftauchen. Wo ist mein Schiff? Mein Fluss. Upp. So. Scheiß Haifisch. So. Muss ich da halt noch mal schauen. Au. Da bin ich jetzt selber schuld. Da bin ich jetzt selber schuld. Ups. Da. So. Das ist eine harte Baustelle, muss man echt sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so scheißlich wird. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Da oben komme ich nicht ran. Da kann ich machen, was ich will, glaube ich. Ich komme auch nicht an genügend Planken ran. Außer die wächst jetzt hier vinarisch. Grrrr. Muss ich halt immer schön langsam machen. Das ist halt jetzt echt ein bisschen blöd. Habe ich noch irgendwo Schrott rumliegen? Habe ich genug? Was ist denn? Das ist so doof, dass man aus dem Lager nichts nehmen kann. Arschloch. Mann, ey. Habe ich genug? So. Langsam erstmal. Was wollte ich jetzt bauen? Ähm. Ich wollte mir jetzt hier die Leitern bauen, ne? Bin so blöd. Das muss ich mir echt merken. Blanken fehlen halt noch. Warte. Blanken. Da habe ich doch irgendwo welche gelagert gehabt. Genau hier. Das ist echt doof. Dass man das immer bedenken muss. Ach. Das war wieder ein Epik-Fail von mir. Ärgert mich gerade selber. So. Du kommst da rein. Sand hätten wir auch schon ein bisschen was. Da haben wir noch mehr Blanken. Boah. Die Nägel hole ich gleich auch raus am besten. Steine. So. 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 Jetzt geht's schon. Geht schon. Geht. Okay, geht. So. Bauen bitte. Hä? Hallo? Ähm. Ich will das hier ran bauen. Und sehe ich, dass wir gar nicht machen brauchen. Also manchmal komm ich da nicht mit. Und jetzt geht's nicht mehr, oder was? Hä? einfach nicht ärgern alles gut alles ist gut wieso ist es jetzt schief es ist unglaublich komme ich ja brauf jetzt wieso baut denn der so komisch ich verstehe das nicht fliegt meine ganzen sachen was ist mit dir los da ging es gut oder nicht ganz so gut aber ich muss das nicht verstehen oder das gleiche auch hier ich möchte das ganz oben haben soja dazu hier die leiter sein warum das nicht klappt ist mir echt ein komplettes rätsel hallo baust du jetzt bitte mal das verstehe ich nicht da komme ich beim besten willen immer mit warum das so schwer ist muss man da immer wahrscheinlich so etagen machen oder was geht es jetzt weiter tatsächlich aha okay das muss man halt auch wissen und jetzt jetzt geht's boah das war jetzt anstrengend dafür haben wir es geschafft dafür habe ich keine axt mehr verdammte axt so äxte seil haben wir genug ja so das passt schon besser so wo ist jetzt die axt da so es ist einfach nur unfassbar so tap 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 so hü hüpf so und jetzt gehen wir es an alles zerlegen so unfassbar warum einfach wenn es auch kompliziert gehen kann was haben wir denn hier was ist das für nix ey ey oh shit oh shit ähm ähm bolzen aufnehmen unbedingt ey so ich muss nochmal zurück ich bin schon wieder am sterben so ich hüpfe boah immer dieser hunger kann ich hier was reinschmeißen ja den zum beispiel das geht schon mal so alter so also so einmal essen dann dann die ganzen ananas die verspeise ich auch gleich weg damit so warte das war jetzt arbeit pschuh so nochmal hä äh was wieso treiben wir jetzt weg der anker ist kaputt ne oh gott ich krieg die krise ach ich hör euch bis hierher lachen ich glaub ich geh jetzt weinen ich kann euch bis hierher lachen hören echt ach dieses spiel macht einen fertig jetzt habe ich es endlich geschafft gehabt und dann sowas ach ich brauche ich brauche rum ich brauche jetzt mittlerweile brauche ich echt schon rum ach ach man ey ja so mir fehlen nur noch die worte kann mit den seemlingen irgendwas machen nein ähm ich habe jetzt mal seit längerem einen bolzen ach da hätte ich auch noch Schrott gehabt ich Idiotin naja was solls a bissl a bissi wie soll man sagen trouble ist ja nicht verkehrt ist für euch auch lustiger zum schauen wenn ich mich nicht wenn ich mich wieder aufführe wie der letzte keine Ahnung ach Gott nein äh äh jetzt auch es ist schon mühselig es ist mühselig so ja ja ist schon recht so wie schauts aus mit unserem Essen ach herrje so dass mir wenigstens vielleicht das Essen da noch vergönnt ist wenn es so schon alles für die Fisch ist wie schauen wir eigentlich aus mit der Angel äh hier Seil das ist schon zu weit weg glaube ich ja keine Chance keine Chance ja na fein ähm ich lasse es dabei noch so das hier werde ich eher brauchen als wie das hier es ist so traurig es ist unfassbar traurig ach herrje minee ja was soll ich machen was soll ich machen ich bin auch nur ein armer kleiner YouTuber kleine Let's Playerin ach das Leben ist halt hart so 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 erst mal noch ein bisschen was so und so und dann beenden wir den Part und dann ja es ist einfach unfassbar da jetzt sind wir wieder ein bisschen gestärkt hervorragend es ist so übel so da 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 kommt der Schwerer einmal zweimal dreimal 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 und reparieren da 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 halt so da 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 passt was zu dem na es ist so arm echt es ist so arm dafür können wir jetzt die Kokosbalme hier wieder zack kaputt hauen können wir wieder mal blanken zack zack nochmal drauf passt dann wieder die Kokosnuss rein also die Stämlinge das Samen halt ne so das Wasser naja so können wir mal schon wieder so ein ein Netz bauen ja das klappt ähm damit es schön gleichmäßig ausschaut so es ist ja zum lachen es ist eh zum lachen es ist eh zum lachen was soll ich was soll ich denn machen es ist so übel so so den können wir getrost schon wieder da reinschmeißen ähm das behalte ich vielleicht mal noch lieber ja was soll ich dazu sagen dumm gelaufen dumm gelaufen schön die blanken nachlegen ja ja ernten und wieder pflanzen und ernten und pflanzen und ernten und das alles von vorne so es geht schon besser mit zwei Möglichkeiten Wasser zu bekommen und zwei Grillmöglichkeiten kommen wir jetzt schon gut über die Runden ehrlich gesagt das ist schon ok ah es ist unfassbar so epic fail es ist eher traurig jetzt werde ich noch den warte den alten brauche ich noch schnell auf so für das Fässchen hier perfekt so das brauchen wir auch dann kann ich vielleicht schon das nächste bauen jawohl von den Netzen kann man eh nicht genug haben so schön voll machen hier dann noch zwei darüber und dann machen wir da rüben da noch welche am besten rundherum und dann noch einmal so eine so eine Schutzschicht rundherum wäre super so la 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 jo passt der Part wird auch zu Ende ihr Lieben ihr habt wieder eine Folge des Desasters hier überstanden ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Abend je nachdem wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi tschüss. tschüss.